So, wir zerlegen gerade den Hammer. So, was da rauskommt. Hm, da ist ein Bamm. Okay. Dann schlafen gehen. Eine Stunde nochmal. Ich muss die ganzen Klumpen da mal noch ablegen jetzt. Und dann ist mein nächstes Ziel einmal, das da anzusteuern. Ob ich vielleicht wirklich abbauen muss. Das ist Metallologie da zu leveln. Wenn ich Metallologie ziege, kann ich Ziegeln frei. Und wenn ich Ziegeln habe, kann ich dann Schmelzofen und dann geht es da hin. Dann kann ich Eisen machen und dann Schritt für Schritt im Apfelritt. Und nebenbei bin ich auf der Suche nach Tyran. Tyran Wax oder so. Und natürlich ein Auto wäre auch irgendwann dann ein Vorteil. Das ist heute leer. Ich habe Tuch voll. Aber gegen Tuch voll habe ich was. Ich habe Tuch voll. Ich habe keine Antname. Ich habe eine Szene. Wolf? Weiß ich, gibt es? Den habe ich auch schon gesehen einmal im Video. Sind das Pilze? Pilz. Okay. 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 So, jetzt sind wir dann gleich da. Wollen wir euch was sagen, dass das da so bald abgeht? Was ist jetzt unabsichtlich passiert? Natürlich. Natürlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, den kriege ich jetzt nicht mehr Gut Ein Erdstück Und jetzt, wenn wir das sehen, ist das auch nicht aufgestimmt So, aber wenn ich das da wahrscheinlich anschmelze, dann wird das Hm? So. Ich bin ein Trottel. Ich kann doch schon. Eisen. So, ich glaube, ich habe nur eine Eisenplatte rausbekommen. Möchte ich das echt schauen? Was ich da rauskriege, wenn ich das... Ah, ist eine Bahn? Ich habe aber... Ah, ist eine Bahn. So, aber Maschinenbau habe ich nicht. Maschinenbau habe ich nicht. Wenn geht das noch nicht. Okay. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Kann ich noch etwas mitnehmen jetzt eigentlich? Dann gehen wir wieder zurück. Essen habe ich leider keins gefunden. Also kein Tier. Einzige, schade. Schade, Marmelade. So, jetzt können wir den Weg to work. Und schauen wir mal, wenn wir da vielleicht ein langgehender Wutteigen was finden. Ich glaube zwar nicht, aber... Ich glaube, ich bin ein paar Mal. Da ist der Check-Bot. Da ist der Check-Bot. Da ist der Punkt voll. Das, was ich noch getracht hab. So, okay. Der Steinbau jetzt auch nicht unbedingt. Da haben wir schon mal ein Gewicht. So. Okay, dann gehen wir. Oh, langsam. Gut. Okay. Hier oben gibt's dann auch Hirsche. Das war jetzt ein Glücksfang aber. Aber es könnte werden. Wir werden jetzt mal zurückgelaufen in Windeseile. Da haben wir Fleisch. Da können wir Steak sicher machen. Kohle haben wir auch. Oder was. Holzkohle können wir eh schon machen. Also ich glaub, es kommt in Gang. Unsere Stadt. Der Base. Haltet Fleisch wahrscheinlich, oder? Die Frische nimmt dann immer ab. Wahrscheinlich, wenn ich's brate. Dann auch noch mit. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020